Nach einem wilden Knutsch-Video und vielen Spekulationen haben 24Tim und Kim Virginia Hartung mittlerweile bestätigt. Ja, sie lernen sich kennen. Und ja, sie hatten Sex. Jetzt überrascht der Influencer mit der ehrlichen Beantwortung einer weiteren pikanten Follower-Frage. War er anfangs eher an Layla Lahua als an Kim interessiert? Tatsächlich schwärmte 24Tim im Dschungelcamp 2024 in den höchsten Tönen von Layla. Das erste Mal, ich glaube seit meinem Abitur, finde ich eine Frau wieder ganz gut. Gestand Tim im Gespräch mit Mike Heiter, der aktuell selbst Layla näher kennenlernt. Davon abgesehen fiel auch ein Kuss zwischen Tim und Layla, der jedoch aus ihrer Sicht rein freundschaftlich war. Tim und Kim waren im Camp ebenfalls nur Freunde. Erst danach haben sie sich noch einmal ganz neu kennengelernt und können sich nun mehr miteinander vorstellen. Nun konfrontierte ihn in einer Wahr-Falsch-Fragerunde auf Instagram ein Follower direkt mit der Aussage, du wolltest ursprünglich lieber Layla kennenlernen anstatt Kim. Tims Antwort darauf könnte wohl nicht ehrlicher sein. Wahr. Kennenlernen ist übertrieben, aber ich fand Layla anfangs optisch sehr, sehr ansprechend. Irgendwie war das halt einfach so, erklärt der 23-Jährige. Aus Layla und Tim entwickelte sich jedoch nicht mehr, sie sind weiterhin nur Freunde. Tim schafft momentan das Unmögliche, sowohl mit Kim als auch mit Layla befreundet zu sein. Wobei sich nun zeigen wird, wo der Weg mit Kim hinführt. Tim erklärt, dass sie sich entspannt und ohne Druck kennenlernen wollen. Whoa ... Teller, who ich哪he... ột in